Wie geht's los? Du musst noch den Sound machen, oder? Unbedingt! Hallo! Wir sind endlich wieder bei Bugs Bunny, der seinen Geburtstag nicht verpassen will. Hallo! Oh Gott! Wir haben heute Unterstützung. 1, 2, 3, 4, 5, zu 6 sind wir heute hier. Hallo! Hallo! Ja, wir haben unsere größten Fans eingeladen uns in Porto Watch die Eiskapette. Uns Gesellschaft zu leisten. Oh, da hatte ich aber Glück. Hallo! Hallo! Was ist das? Ich habe Hallo gesagt. Du hast mehrfach Hallo gesagt. Das ist das Äquivalent zum Pau Block. Das sind diese Seifenkisten, die sonderbarerweise existieren. Sind die mir noch gefährlich, nachdem ich die... Nee, ich glaube, du kannst auf den Reisen, wenn du willst. Das ist so ein absurdes Spiel. Das ist auch überhaupt nichts vergleichbares, was mir produziert wurde. Es gibt kein Eikivalent. Ja, ich kann mir vorstellen, warum. Ja, wir haben bestimmt wahnsinnige Verkaufstage gehabt. Die Looney Tunes Lizenz war damals Gold wert. Es gibt die Looney Tunes gar nicht mehr, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es die gar nicht mehr gibt. Aber ich habe ewig nichts mehr von Leben gesehen. Wolltest du es die Brücke dauern? Nein! Nein! Du hast runtergefallen. Aber ich habe noch 95 Leben, da kann nicht viel passieren. Keine Sorge. Du bist in Stage 3. Wir hatten... Wenn man letztes Mal geguckt, wie es gibt, dann lässt du es nicht. Ich habe aufgepasst. Du hast aufgepasst? Oder... Du? Ich glaube 6. Das ist schon über die Hälfte. In diesem Wahnsinnsritt. Oh, 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 das war dooflich. Oh nein, meine Konzentration ist jetzt schon zu dem Tod dahin. Wir haben eigentlich auch gar nichts wirklich angefangen heute. Wir sind ganz frisch dabei, du hast noch Energie, kein Alkohol im Blut. Ja, meistens nicht gut. Ich habe heute schon zwei Glühwein getrunken. Ist das wahr? Hier bei der Pferdemarkthalle? Nein. Pferdemarkthalle. Pferdemarkthalle. Bei der Arbeit. Bei der Arbeit. Ja, wir hatten heute unsere große Weihnachtsfeier. Wir haben ja auch so oft in den letzten anderthalben Wochen mit Glühwein weggeschossen. Das ist wirklich gefährlich. Der ist wieder da. Der Junge war. Der war noch nie konventionell gestorben. Das stimmt nicht. In diesem Spiel. Das stimmt nicht. Sonst wärst du eine sehr steile These. Ich hab gespuckt. Wen denn? Ich hab den Hasen angespuckt. Das hat er gar nicht verdient. Na ja doch, er hat gerade echt sehr klug agiert. Ich weiß nicht, ob du deine richtige Figur angespuckt hast. Glühwein mit Schuss oder? Nein, das gibt's auch nie. Was, das gibt's nicht? Nicht bei der Arbeit. Das wurde einmal gemacht. Einmal hat das jemand durchgesetzt. Und dann hat Schäfer aber gesagt, entschuldige mal, aber das geht's hier zu weit. Warum läuft der wieder? Jetzt läuft der wieder. Das ist aber, ich sag mal, inkonsequent. Nein, das ist einfach nur, das ist ja nicht zum Besaufen war. Nicht diese Art von Weihnachtsfeier. Ja, das ist mehr so eine Anerkennung und Würdigung der Arbeit des letzten Jahres. Warum läuft der wieder? Man kann sich anhalten. Und erst mit den Problemen vor der eigenen Nase umzugehen. Ja, eine Parabel aus Leben. Merkt ihr das? Der kann springen. Der kann ziemlich hoch springen. Ist auch ein Hase. Hasen können immer gut springen. Aber ich hab noch nicht so ganz... Ach doch. Ich hab schon mal einen Hasen gesehen. In echt? Wo denn? Rauschen. Im Wald. Oh Gott. Da kann grad Meteor einfach nach oben geschossen. Irgendwie hab ich leider noch nicht so große Vertrauen in dich. Hallo? Ich mach das nicht so schlecht. Das ist ein Frosch. Ein Frosch. Warum bauen die immer unter Steine Katapulte? Komm ich hier hoch? Ja. Der kann so hoch springen. Oh. Runtergefallen. Oh, ich kann reiten auf den Bomben. Ja. Guck mal, der Frosch hüpft. Wie verrückt. Alle sind rot jetzt. Wovon ist die Farbe abhängig? Manche von den Seifenkisten sind auch weiß. Hallo Frosch. Ich glaub du solltest einfach unten springen. Und nicht oben. Aber der Hund ist das andere Ding. Wie explodiert der jetzt? Hallo Frosch. Hallo Frosch. Hallo Frosch. Ja, der Frosch. Sicherheitshalber ist er ganz weit weg. Weil du hast irgendwie mein Selbstbewusstsein kaputt gemacht. Guck mal, den fliegt er mit Ballon weg. Haben wir jetzt schon tauschen? Erst nach dem Video. Kannst du den Bonus-Round gehen? Was haben wir da? Nach dem Video? Schon Kontrollertausch. Ja. Oh endlich mehr Leben. Ich will kein Bonus-Spiel mehr. Was soll immer noch 60 Jahre alt? Nein. 50 Leben. Schon wieder. Aber es geht um bestimmte neue Leute. Kling, kling, kling. Haben wir doch. Nein, nein. Das haben wir jetzt schon gehört. Ich weiß aber das ist auch jetzt. Wir haben schon dreimal in einer Stunde 50 Leben bekommen. Wir haben 150 Leben gesammelt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Nein. Doch. Du hast recht. Das meine ich ja. Immer. Immer. Nach einigen Jahren. Wenn du sagst, du hast recht. Mit so einem ungläubigen Unterton. Wie kann es sein, dass ich recht habe? Es war nicht, wie kann es sein, dass du recht hast. Sondern wie kann es sein, dass es wirklich so bescheuert ist. Und nein. Du hast recht. Wir müssen uns wirklich 15 Mal klingeln hören. Ja. Ja. Das müssen wir doch Beta getestet haben. Und Alpha getestet haben. Vielleicht haben wir einfach so viel Talent da. In diesem Glücksspiel auch nochmal. Und noch eine Rimmel. Nochmal 15. Sorry. No Bomo. You need more carrots. Aua. Das ist doch total broken, das ganze System. Das ist cover-nach. Aua. 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 Oh. Oh Mann ey. Das machte die Karotten auch total sinnlos. Diese Katapulte, die regen mich so auf. Die fliegen die Karotten. Ja. Das stimmt. Das ist doch auch die Fliegen. Das ist wirklich seltsam. Wie soll man sich die denn holen? Die auch nicht. Die sind unberechenbar. Ja. Pass auf. Oh. Plattformen-Skills hier ist es ziemlich. Naja. Ich darf es ja. Und wer ist es auch like aussehen? Sehr like. Also komm ich da hoch? Ja. Entschuldigung. Schon gut. Aber was machst du denn dann? Auf die Plattform. Auf die Plattform. Ah. Alles nochmal. Naja. Das war ja. Ja. Die Werker sind das Äquivalent zur Reiserei. Schon zweimal Äquivalent in diesem Video wie gesagt. Äh. Stimmt aber nicht. Weil die Reiserei nicht explodiert. Ja. Wo ist der Frosch? Der kommt gleich wieder. Der Frosch und all seine Freunde. Die Freunde sind auch alle Frösche. Ja. Oh nein. Die Etenieren bleiben unter sich. Sag mal. Dein Frosch Etenieren? Ne. Da ist der Frosch. Oh Mann. Wie soll ich denn an die Rede machen? Freischwörse. Ja. Zählen mit Bugsbanken. 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 Ja. Das haben die nicht programmiert damals. Boah. Was ist das denn eigentlich? Eine Sonne. Oder ein Feuerball. Wo, wo, wo ist, wo, wo ist die Sonne? Die ist jetzt schon wieder weg. Man kann auch gar nicht so wesentlich viel höher springen mit den Katapulten als ohne. Ja. Oder ein Secret Exit. Das ist einfach nur eine Karotte. Das ist nur damit du hinterher hochgefunden hast. Wo ist meine Karotte? Ähm. Hä? Du gehst dann weiter. Also ja. Ist das so ein Bonos drauf? Die Orangenen. Boah, meinst du und ich muss eigentlich im Level nach oben? Die Orangenen. Oder die Roten. Die Orangenen. Ja. Die Roten sind nur Warner Brothers Zeichen. Das ist doch hier aber auch nicht vertikal weiter. Ach, muss ich mich hier durchjagen? Ja. Ich probiere mal nicht zu hämmern. Warum durchhämmern? Ja, ich habe Angst vor den Fröschen. Zu welch? Ja. Und solange er die Sterne sieht, kann er nicht hämmern. Die müssen in einen anderen Wald gehen. In einen anderen Wald. Ja, finde ich auch. Oh nein. Du kannst die Fröschen aber hämmern. Vielleicht lassen sie sich jetzt in Ruhe. Nein. Oh, ich habe ihn weggehämmert. Ich habe ihn weggehämmert. Hämmer gesporen. Nein. Ja, jetzt will ich weiter. Oh, ein Witz. Ach Mensch. Das hättest du niemals gefunden, ne? Weil du nicht so der Explorer bist. Doch, warum widerspreche ich eigentlich auch? Ich suche die Frösche. Okay, such die Frösche. Frösche soll sein jetzt. Das ist nicht suchen, das ist rufen. Nein, suche. Man sucht nicht mit rufen. Man ruft nicht mit treten. Ruf nicht mit treten, ist das ein Zitat? Das ist eine Folge von jetzt. Mal er denkt. Welche Frösche? Du hast nicht berufen, du hast getreten. Das sind die Frösche. Dreimal muss man die klopfen. Ich habe die Frösche gesporen. Ich habe die Frösche gesporen. Ja, das fanden sie bestimmt gar nicht gut. Das ist doch keine Sonne. Ein Feuerball. Das ist eine Sonne. Was ist jetzt mit dir los? Sie flackern. Sie flackern. Meiner ist schon weg. Das ist ein bisschen Blattbohrennachs, ne? Weiß ich nicht, ob man das gut vergleichen kann. Ich glaube, du gehst mit Vorsicht und Ruhe an die Wand. Geh in ein... Oder lieber... Oder wie ist sie? Ob ich den neid? Oder wie ist sie? Ob ich den neid? Oder lieber... Nein! Ich ihn sehe, was? Wie ist die Aufstellung? Ja, nach dem Video geht's los. Genau. Nach Minuten. Das war viel, viel Unglück. Ich weiß nicht, warum welche Aufgaben hat. Das gibt's doch nicht. Dass dieses Spiel so eine Herausforderung darstellt. Na ja. Also, da gibt es schlimmere Herausforderungen. Das war ja so gerade ein bisschen unglücklich. Und du hast selber gesagt, das ist alles ein bisschen broken. Guck mal! Da sind die Frösche schon wieder. Guck mal! Ja. Achso, du bist auch ein Frosch? Was bist du denn für ein Tier? Ich bin kein Tier. Ne, das ist einfach eine bescheuerte Frage. Wie ist Frösche? Sie geht in einen anderen Wald. Ihr habt ja nichts verloren. Ach, du möchtest mir ein Stand-Off. Ich soll in einen anderen Wald gehen. Nein. Die sind aber auch richtig doof. Jetzt bist du in der Sicherheit. Noch keine Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Das ist Bad Born. Jetzt? Nein, das war nicht so. Das ist egal. Der hüpft jetzt von Kante zu Kante. Du über deine Karotte, da bist du bestimmt sicher. Was hast du sonst gemahlen? Das ist total an der anderen Seite des Bonus-Raums. Stimmt. Die Welt ist kohärent. Ja, boah. Die Parallelen werden immer deutlicher. Oh Gott. Ja, wirklich. Du bist ein Verfolger. Was ist denn mit dem Ding los? Was ist denn mit dem? Oh Mann, ey. Und dann kann ich ja nicht mehr richtig springen, weil da oben dieses Ding ist. Wir hatten dieses Level gebaut. Du musst auf die Platz schauen. Ja, ich versuche noch den richtigen Moment abzuhalten. Hup. 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 Oder das ist Skateboard Willi? Silvester? Silvester. Silvester, heißt der! Der haut auch immer! Der haut auch immer! Der haut auch immer! Dann springen wir und von hinten hauen. Meinst du?? Genau an der Ecke, wenn er ... in der Ecke einen kleinen ... Der ist so! Der ist so! Der ist so! Nein! Das Video ist vorbei, oder? Bitte sag ja! Das reicht doch locker! Die Leute bei Youtube ja noch an ADHS und keine Rede mehr in der Hausapotheke Ich will auch mal spielen! Willst du auch mal spielen? Hm... Och! Bin ich nicht abgeneigt? Ich will auch mal... Du kannst gleich auch noch mal spielen Einen Versuch hat der gute Onkel noch Guck mal, ich kann mit dem Fuß den Ball hochheben Meinst du eigentlich, dass... Ja, stimmt Dass wir vielleicht doch von hier aus... Nein, da war eine Wand längs Ganz oben an die Decke geflogen? Silvester ist ein krasser Typ Der will... Und du darfst ja nicht mehr von oben berühren Richtig! Aua! Mario ist auf mir den Fuß gefallen Hallo! Au! Ich will auch mal spielen Ja, du kannst gleich auch mal spielen Und dann geht's ins Bett Mann! Doch! Nein! Ich will nicht ins Bett! Es ist schon ganz spät! Ich will nicht ins Bett! Ja klar! Das ist super dem Weg! Super! Bett ist der beste Ort! Wir müssen hier noch arbeiten und du darfst ins Bett wir beneiden dich Das war super! Geh doch nicht zu den anderen Frosch! Mann! Das hat alles Hand und Fuß Was ich hier mache Let's move? Nein Das wirst du verstehen Wenn du das Video siehst Irgendwie so klug bist wie ich Links musste ich machen Ja Mann! Ich hasse diese Frösche! Ah! Und dann schon wieder hier! Ja! Genau! Hopp! Schnell weggelaufen! Nicht schnell genug! Schnell weggelaufen! In die Höhle! Ja! Korrekter Kommentar! Wo ist der Frosch? Mann! Das ist aber auch unfair! Man steht da einfach nur Mining his own business Der Frosch ist weg! Dafür kommt es Silvester wieder! Aber wie gesagt! Ich glaube du musst dich in die Ecke fahren lassen Und dann während er seinen Tony Hawk mäßigen Olli macht Er hat auch nicht so richtig In der Detection Ob er ihn getroffen hat Aber ich glaube beim ersten Mal Doch! Da zuckt der! Zuckt! Der zuckt! Der zuckt! Der zuckt! Er macht so kleine Verzögerungen Ja Diesmal nicht Ah! Man kann ja nicht Wenn man Sterne sieht Das Gegenteil von Blackboard Der ist schneller geworden! Ich habe keinen Bock mehr! Wirklich nicht! Scheiße! Hier ist das! Willst du mal? Ja! Komm! Hier mal näher ran Das Kabel ist so kurz Du musst ganz nah hier ran So! Auf den? Oder auf den? Ist egal! Auf dem einen machst du den Hammer Und auf den anderen springst du Und mit dem linken Daumen musst du dich bewegen Links? Daumen? Ach ja! Entschuldigung! Da kannst du nach links und nach rechts gehen Hier kannst du springen Und da kannst du hauen Also ein bisschen als Also wie als dein Vater das gespielt hat Also der Unterschied ist nicht so richtig deutlich Ja! Egal in welche Richtung ich mich bewege jetzt Kannst du mich zu dem Fröschen bringen? Zu dem Fröschen? Das ist mal äh Literally cooles Gamer Wie heißt der Hale? Bugs Bunny! Guck mal ich habe dieses unnütze Katapult sinnvoll genutzt Naja sinnvoll Du hast äh Karotten gesammelt Die letztlich in dem Bonus Level dazu führen Dass wir Leben bekommen können Ja das mache ich doch gerade Guck da ist der Frosch Das ist jetzt ein krasses Duell Ja wirklich Da muss ich hinterherlaufen Du musst ein bisschen in die hier reingehen Das ist YouTube unter Ealtung auf allerhöchstem Niveau Die spielen Die spielen Die spielen ja Die spielen fangen Die spielen Will Ja Die haben keinen wirklichen Ärger miteinander und Streit Du musst nicht Angst haben Ich danke Ich muss keine Angst haben Endlich Endlich sagt das von jemandem Okay Okay Cleo Ich muss das jetzt bearbeiten Dass du es rauspiebst Ja, wir haben das schon mal gehabt Ja? Hast du das auch rausgearbeitet? Ja, wir haben das schon mal gehabt Nein. Kannst du einmal zu dem Mikrofon Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss.